hey liebe leute willkommen zurück zu let's play beneath the steel sky für den pc im letzten part haben wir die ebene hier drüber verlassen und das böse gebäude und haben zum ersten mal den schildmann fort benutzt was äußerst interessant war mit dabei heute ist übrigens wieder der morgenkaffee und ich hier im kimono vor dem pc sitze okay okay wir geht es nach links hier geht es da rein hier geht es hier vorbei reden wir mit dem wachmann nachher joey ist weg sagen wir mal gucken uns erst mal hier müssen um steine die 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 der hund ich kann mit dem nicht reden aber mit mit frau hallo können wir uns unterhalten hello darling i don't believe we've met no i'm a stranger here i'm mrs pierre but you can call me danielle you know someone called oberman why yes i do he worked with my husband professor pierre hmmm why are you interested in overman he was my father i'm sorry but i don't believe you overman's only son died in an accident that was no accident mrs pierre months it was deliberate sabotage by security my mother was killed but i survived and i've read a document which proves it incredible your mother was a great friend to me if there's any way i can help you just ask how do i get out of the city now why would you want to do that there's nothing in the gap but sand and savages but that's where i live oh how ghastly for you my dear what's the mutts name it's just like his own what do you mean by that it was a compliment um es gibt ihn nicht auch noch als ölbild es gibt ihn er 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 aber gut wir haben schon mal jemand der wir helfen die mir helfen kann wenn ich hilfe brauche hallo wache märzl der die zogel mit zu reizigen und ist die stelle und kathedral there's nothing interesting in there in fact it's empty empty why guard an empty cathedral I'm not guarding it exactly I'm just standing there preventing me from entering yes do you know the woman with the dog oh yes that's mrs. Pyrmont the richest woman in Union City and the uglyest what's the best way out of the city there isn't a way out then the inhabitants are no better than prisoners that's the place of progress never mind interesting message okay can I drink water no okay then we go first oh wait 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 I have the top plate here can I maybe with the screwdriver maybe a little bit of something from the truck no okay then we go first to the left oh hello St. James here is already a round like here is also a statue on the top spilling their contents nothing I could use that statue for okay die statue auch nicht it's a little man carrying along nothing I could use that statue for okay was ist denn oh hier geht's rein da gibt's auch rein Schildtür schau mal so erstmal das Schild an court closed see link for news of forthcoming attractions the notice is glued to the door okay shut tight hmmm hab ich mir schon gedacht hmmm was ist denn ein certain je ne sais pas ja also je ne sais pas ist französisch für ich weiß nicht aber was ist denn ein certain ich weiß nicht excuse me holit your membership card please I don't have one this is a private club oh I didn't know that you do now peace hey 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 entspann dich mal smart shoes oh thanks you can tell a lot from a man's shoes the design tells you what kind of man he is the way he cares for them tells you where he's going and what he's tradin in tells you where he's been wow D how do I join the club you have to be sponsored by an existing member it's a most exclusive establishment frequented only by those with the proper credentials you mean people with money no people with credit there's a world of difference people with money think they can afford not to care people with credit know they can't but don't care anyway what the fuck do you know anyone who'd sponsor me what about old widow pierre mo she used to come here oh years ago if you chatted her up she might sponsor you what goes on in the club if I was to tell you that this club provides recreational facilities par excellence for a clientele with elegance and taste I'd be lying through my teeth you just said it was exclusive it is exclusive but silly the reason people come here is the cheap booze and the fact that it's off limits to security see you later okay miss pierre mo come here excuse me she said you help me with all would you sponsor me for the club if you really are robert overman I'll sponsor you but I don't want to visit the club I'll call the manager from my apartment okay viel Spaß dabei ich laufe dir währenddessen mal entgegen und gucke mal was hier unten noch so kommt vielen Dank dass du mich sponsern warst das ging erstaunlich einfach und ja man sieht schon es ist übrigens es ist selten in solchen Sachen wo ich sage mal Städte oder Gebiete in Schichten aufgebaut sind dass die tiefsten die teuersten und angesehensten sind finde ich ein cooles konzept also sticht mal aus der norm raus mag ich gefällt mir ich mag ich mag Dinge die aus der norm rausstechen so generell das kriege ich wahrscheinlich nicht aus ja okay gut dann gehen wir mal weiter den Rundgang aha Gärtner Junge ein Terminal und schon wieder ein Lift wo soll der mich denn entführen und pflanzen hier nach rechts geht es nicht weiter hier ist wieder die Cathedral ich gucke noch mal ganz kurz auf die Frau weil irgendwie ist die nicht weitergegangen wo ist denn ihr Apartment hm keine Ahnung vielleicht oben äh reden wir erst mal mit den Leuten hi hello who are you my name is Vincent what's yours I'm Robert you can call me Rob why aren't you at school Vincent my tutor's malfunctioned I tried to reprogram it to play video games would you like me to repair your tutor oh I can do that myself but then I'd have to go back to my studies what's that you're playing with it's my handheld games console neat what's the game it's called fleecy the lamb that sounds nice that sounds nice what's the objective torch the mutant psychos with your flame fella and stop don't a mantis from butchering the orphans but that's horrible yeah I'll play better what other games have you got not many cause they're too expensive they're smuggled into the city for mobart hmm I've got nobby the platform game I've got nobby the platform game I've got nobby the barbarian I'm revenge of the deadly dandelions I suppose they keep you out of mischief this is over thing I don't want to talk to you I don't want to talk to you but some of the things sounds like an example it's a metaphor for china know a man called overman no rob what do you want to know he's my dad are you a little old to ever date last time I saw him I was a little boy I was taken away to the gap the gap wow wow I'd like to escape to the gap I'm tired of being told what to do do you know the woman with the dog that's mrs. Peemum and she's a pig that's not a very nice thing to say well she tried to confiscate my console whoa 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 she gave me a lecture and tried to force me to join the junior security corps can you sponsor me for the club look I'm just a kid right do you really think that might be a member I don't think so have you been watching old movies okay da weiß ich nicht woran das jetzt eine Anspielung sein soll don't wear out your thumbs okay reden wir mal noch mit dem Gärtner und dann gucke ich nochmal ob ich in den Club kann excuse me hello smart floral display are they real what do you think they look kind of shiny actually I've just varnished them do you paint the flowers too this is Union City not Wonderland you obviously know nothing about plants what are those blue flowers called they're dandelions don't touch them what they're pretty but why can't I touch them because if you do you'll wet your bed I haven't done that for months das sind auch keine dandelions won't the varnish harm the plants au contraire clever dick it filters out the crap in the atmosphere what are you doing to that plant I'm modeling a living sculpture it's called taipiri and it's an art form okay also ihr beide seid mir erstmal keine Hilfe ich gucke nochmal ganz kurz ob das Termine mir irgendwas helfen kann ähm nur sichert es einfach mal schnell ob ich hier noch irgendwas tun kann ne gut äh wahrscheinlich muss ich aber irgendwas machen sonst würde es hier nicht stehen ich gucke nochmal ganz kurz ob ich vielleicht die Videospielkonsole ob ich da Joey einsetzen kann ich war dein Alter, ich habe dieses Board gebaut das ist cool, was macht es das? es ist für ein Roboter ah ich dachte es könnte etwas interessantes sein hm schade, ich dachte er gibt mir vielleicht erzähl mir über deine Dandelion-Games ah, es ist großartig, du bekommst durch diese gigante geläubige Weben du meinst, Dandelions sind geläubig? der Gartener hat mir gesagt, sie waren geläubig er ist verrückt, er ist nicht ein realer Gartener hm wie wusstest du, der Gartener ist ein Feind? er hat gröne Fingern das ist das Zeichen eines natürlichen geläubigen Garteners ich habe ihn in den Pänen gesehen, die Pläne sind aus Plastik du bist eine wirkliche Hilfe, Vincent kein Problem, Rob nicht weh... okay, das heißt du bist also ein Buchstabler soll ich dich damit mal konfrontieren? und du sagst mir, Dandelions waren blühen oder? die Pläne sind in den Pänen okay, ich kriege das Punkt machst du das auch gerne? warum sollte ich das tun? Entschuldigung hm okay, vielleicht könnte der mir helfen, wenn er Pflanzen so mag das ganze Regime hier zu zerstören okay, äh... sind hier die Apartments? ahja ahja it's me, Robert come right in, Rob okay, so, bitte oh, hello there welcome to my humble little home, Robert hübsch also doch Farbfroh ist schön und Pflanzen Pflanzen in der Wohnung sowieso geil links von mir stehen drei, rechts von mir steht auch eine ich erinnere dich als ein Baby, Robert ich habe schon ein bisschen gewachsen ich bin sicher, dass du es hast du musst so viele Fragen haben ich habe ja, ich habe ähm warum wollte du nicht den Club besuchen? die Memorien sind zu schwer sehr schwer warst du da mit dem Professor? ja wir in einem Club oh er war ein wunderschön junger und ich war eine Professor auf wunderschönen 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 Und dann geht's weiter, Richard verändert. Er hat mehr Zeit mit Link gemacht als er hat mit seiner Frau und Baby gemacht. Hm. Aber sie hat ihre Besten gemacht. Aber sie war nicht so genau nach Richard. Die Autorität nicht von ihrer Freundin verabschiedet hat, weil sie aus Hobart kam. Eventually, she decided to return home So the bastards had her killed You're overwrought, Robert Would you like some Parasite? I don't want analgesic, I want answers Are you going to sponsor me now? If that's what you want I'll telephone the manager and make the arrangement This won't take a moment Yo, you're not going to say anything Is that Mr. Colston? Danielle, come on I have a friend who I wish to sponsor Okay, now she's talking She's talking to me, so she can just do something Da hinten kann ich nicht durch Videorekorder kann ich dafür Ich habe das Gefühl, dass ich hier irgendwo Was finden werde Irgendwo Okay, ich muss hier doch safe irgendwas machen Kann ich vielleicht in den Videorekorder meine Platine reinpacken? Nein, in dem Monitor auch nicht Nein Okay Ich muss hier doch gerade safe irgendwas machen Oh echt Kann ich hier auf das Sofa irgendwas machen? I better not sit She might take advantage of me Now that looks comfortable Das sieht's wirklich Also wenn das noch ein bisschen weiter wäre So eine Fußstütze hätte, hätte ich das auch gerne Ähm Ich muss hier safe irgendwas machen Ich weiß nur nicht was Ja, nee, wollte ich ja gar nicht Nee, ich wollte gucken, ob ich damit Items benutzen kann Ja, was würde mir das alles bringen? Hm Hier kann ich auch nur Oh, Hundekekse kann ich auch nehmen Ich habe nur den Hundennapf gesehen That dog doesn't want to Little crunchy Hm Hm Ich dachte, ich kann ihn vielleicht ablenken Den Hund, indem ich das Metallstück werfe Offenbar nicht Wozu soll ich denn Was würde mir denn die Kekse bringen? If I pick up all of Little crunchy doggy snacks Hm Es sieht nicht so aus, als könnte ich ja jetzt gerade was machen Dann gehe ich einfach erstmal wieder Tschüss Ich komme später nochmal wieder Bestimmt Erstmal nochmal kurz gucken, ob sich jetzt durch das Gespräch hier Irgendwelche neuen Gesprächsoptionen mit denen gebildet haben Offenbar nicht Hm Also es sieht so aus, als könnte ich mir diese Hundekekse holen Nur Ich weiß nicht wie Okay, hier auch nichts Okay, hier auch nichts Wahrscheinlich dieses Metallstück war doch ziemlich schwer, oder? Vielleicht kann ich das hier irgendwie auf das Brett legen, als Gegengewicht für die Steine Würde mir auch nichts bringen Okay, dann probieren wir mal, ob wir jetzt in den Club können Also ob der Anruf schon geschehen ist oder noch nicht Hallo Portier Lässt du mich bitte rein? Entschuldigung But You're in the credits appointment How come It looks smart With the lights turned low But in the lights It's flipping Toilet What Never mind What Hä Was laberst du denn? Es ist doch wunderschön hier Der ist doch richtig cool. Was ist denn dein Problem, Brudi? Gallagher? Was macht denn der hier? Okay, reden wir erstmal mit der Frau. Eins nach dem anderen. Oder eine Person nach der anderen. Der ist im Grundsprecher schon wieder. Oh ey, ich mag die. Oh. Den hat man angerufen. Okay, mit Gallagher kann ich nicht reden. Hier geht es auch nicht lang. Musikbox, Band, Tür, Metallplatte. Reden wir erstmal mit dem Barmann. Entschuldigung. Was ist die Band? Die Hawk Club Quartet. Aber es gibt nur drei von ihnen. Ja, der Sexophilist OD'd last month. Was der Sexophilist OD'd on drugs? Nein. Too much Sachs. Er wurde überrexcited und rupturte seine Lungs. Die Regeln verhindern mich von trinken? Nein, du kannst trinken alles, was du willst. Aber ich kann dir nicht. Du bist der Bar-Tender, richtig? Aber ich bin der Cabaret. Wie kann ich dir einen Drink bekommen und ich kann nicht? Ich habe dir gesagt, es ist die Hausregel. Holstein, fahr mich, wenn ich dir einen Drink geben gebe. Ich werde über dich schenken. Freutage, Sir. Nichtsdestotrotz. Entschuldigung. Diese Welt ist nur eine... Kontroverse in sich. Ich finde das so lustig. Alles ist ja irgendwie ein kleiner Widerspruch. Kursen, sag mal. Kannst du mir einen... Wie kann ich aus der Stadt kommen? Kannst du sehen, dass ich mich beschäftigt? Ich nehme deinen Geil für dich. Und verletze das Spiel für mich? Du wirst trotzdem verletzen. Sei nicht so sicher, Gallagher. Ich habe etwas auf meinem Kopf. Ich wusste, dass du verraten. Also, du bist. Okay, was hat's... Gucken wir uns erstmal die Band an. So, schauen wir uns erstmal alles um. Musikbox machen wir auch gleich noch. Ach, hallo Band. Kann ich mitspielen? Ihr braucht doch noch einen neuen Saxophonisten, oder? Oder beinig. Was ist diese Tür? Wo führte ich hin? Aufs Klo vielleicht? Aber eine Metallplatte. Hm. Es reagiert nicht an meine Handplatte. Hm. Okay, was ist mit der Musikbox? Jetzt verstehe ich langsam. Also, die Bar ist sehr hübsch, aber ziemlich scheiße. Ungefähr so, wie der Portier gesagt hat. Ah. Entschuldige mich. Wo führt die lockte Tür? Zu dem Weinbauer. Halston ist der only one, der kann es öffnen. Es ist programmiert, um seine Fingerprinze zu retten. Also, wo ich deine Karten... Hm. Ich muss deinen Weinbauer inspectieren. Vergiss es, Herr. Niemand kommt da hin, aber ich. Sind wir Karten spielen, oder was? Alles klar! Dieser Mann hat mich verraten. Ich bin sehr entschuldigt. Äh, Gallagher? Nee. Babs auch nicht. Babs! Wo führt die lockte Tür? Oh, das ist der Weinbauer! Entschuldige mich. Kann mir niemand mit der fucking Musikbox helfen? Warum funktioniert die Musikbox nicht? Es kann doch nicht sein, dass die Musikbox nicht funktioniert. In einer Bar! Okay, meine Freunde, ich probiere jetzt mal ganz kurz noch das Ding damit zu benutzen. Bringt aber nichts, okay. Dann würde ich an der Stelle erstmal... Oh, Moment mal. Nein, schade. Okay, hätte ja klappen können. Dann würde ich an der Stelle erstmal sagen, ich muss jetzt ganz dringend aufs Klo. Deswegen beende ich jetzt den Part. Und im nächsten Part schauen wir uns hier unten weiter um. Bis dann und auf Wiedersehen. Dann wollen wir uns hier. Okay. Okay. Bye.